Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days of Dile mit Synapsentludger, meinem Nachbarn. Hallo. Hallo. Ja ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich habe ja gesagt, ich würde wieder einschalten, wenn ich das hier gecleant habe. Ich habe mir in der Zwischenzeit noch eine Werkbank hingebaut. Dort läuft jetzt der Schmelztiegel durch für den Synapsentludger. Anbuser. Für ihn läuft auch gerade noch durch. Ich habe in der Zwischenzeit Gewurstblecke gebaut und geschmiedetes Stahl. Ich habe das hier ein bisschen so hübsch gemacht, dass der Synapsentludger mir nicht dagegen fährt und alles kaputt macht. So kurzer Plan, die Blecke wo ich gerade drüber laufe. Hier kommen dann solche Platten und noch Fußboden hingesetzt. Hier wo der Graben ist, ist soll der Zaun hin. Und hier an den Ecken Türme. Die gehen auch noch 20 tief. Weil dort unten kommen dann die Generatoren hin, weil sonst nervt mich das Geräusch. So ist erstmal der Plan. So jetzt fahre ich aber erstmal. Ne ich fahre noch nicht dorthin. Ich baue mir erstmal hier linksrum die Dinger hier hin. Und dann werde ich dort hinfahren. Da gucke ich gleich mal bei der anderen Baustelle nach ob dort der Zementmischer funktioniert. Wenn ja gebe ich den Synapsentludger Bescheid. Da kann der dort dann sein Beton herstellen. Weil da brauchen wir hier einen Zementmischer hinsteigen. Wäre zwar komfortabler aber meiner Ansicht nach Ressourcenverschwendung. Wo wird denn der Kochgrill hergestellt? Was ist denn das für ein Symbol? Werkbank. Ne Schmiede. Achso cool. Achso. Brauchst du aber nicht. Warum? Na ja brauchst du nicht. Weil für Speck und Eier brauchst du bloß den Kochtopf. Achso. Hast du mir wieder nicht zugehört. Ne. Selbst für Kleber herstellen brauchst du auch bloß den Kochtopf. Oh ja. Nur einen Speck mit Eiern kann ich noch nicht machen. Warum? Ach warte mal. Vergesse nicht im Lagerfeuer gehört Holz und so ne. Hab ich dran ja. Kannst du es trotzdem nicht herstellen? Na ja warte mal. Na ja warte mal. Guck mal hier mal gucken. Das ist eigentlich eine einfache Frage. Entschuldigung. Ne kann ich nie. Kannst du nicht herstellen? Ne. Also du bist im Lagerfeuer drinne, hast das eingegeben und kannst es nicht herstellen? Ja. Ich komm da mal rum. Ah warte mal. Doch jetzt kann ichs. Verwieden. Was denn jetzt? Na jetzt kann ichs herstellen. Ja du musst hier Kochrezeptmuster auf Stufe 5 haben. Oder sowas. Ne das reicht schon zu dass ichs auf Stufe 2 hab. Ne ich hab schon auf Stufe 5. Sicher sicher. Naja ich kann aber noch nie. Großartig. Achso. Du kannst gerade mal auf Stufe 2 machen. Ja. Wupp. Das nehm ich jetzt schonmal mit. Das nehm ich jetzt schonmal mit. Oh Gott das bin mir. Ach nichts. Türen 30 kann ich machen. Die anderen zwei kommen dann noch. Oh danke. Da hast du noch zwei Kisten stehen. Ich weiß. Ich muss dann nachher erstmal umgabern. Mhm. Dann kann man das Auto hier auseinandernehmen. Jetzt fängt das bestimmt gleich wieder an zu ruckeln. Naja das ist halt eben der Nachteil bei so ner riesen Map. Also ich weiß im Singleplayer ruckelt das nie weil ich dort keine Zoppies äh habe. Warte mal gibt's denn hier eigentlich auch nen Zementmischer? Also hier gibt's schonmal Zement. Aber bestimmt kein Zementmischer. Genau. Wo die Blasenfall gab. Jetzt mach ich wieder eigentlich das was ich gar nicht machen wollte. Was denn? Aber das ist ja meistens so. Man macht immer das was man nicht machen will. Na was wolltest du denn machen? Ich wollte gucken ob hier ein Zementmischer ist und jetzt räum ich das ganze Ding wieder leer. Achso. Was soll ich jetzt in der Schmiede herstellen? Ich hab wieder vier. Ja geschmiedetes Stahl. Achso. Damit du dann die Betonblöcke auch aufwerten kannst. Ja. Jetzt geh ich hier drüben gucken. Vielleicht gibt's hier einen aber ich glaub nicht. Nee. Hier gab's nie einen. In der Scheine. Warum kann ich das mal nicht herstellen? Schmelztiegel erforderlich? Hab ich doch. Ich bin. Achso. Bei den Schmelztiegel aufpassen die musst du da darf bloß eine Eins dahinter stehen. Naja. Naja. Naja hab ich doch. Ich hab bei allen dreien eine. Äh. Warte mal. Nee. Ist ja auch drüben. Ich hab bei allen dreien eine Eins drüben stehen. Och Mensch. Kriegst du denn überhaupt irgendwas hin? Naja. Wenn ich das noch nie gemacht hab. Ich dachte du spielst im Singleplayer. Naja. Hab ich doch sowas aber noch nie hergestellt. Ach nee. Du cheatest ja. Hab ich ja vergessen. Naja. Ah. Kein Wunder warum ich das nicht herstellen kann. Ich bin doch ein Kloppholz ey. Warum? Naja weil ich. Weil ich weder Eisen noch Lehm reingemacht hab. Hm. Du musst dort Eisen und Lehm reinhauen. Ja ist ja gut. Dann muss es erstmal eingeschmolzen werden. Ich weiß. Nein die blüht. Ich lass das jetzt mal so. Ich lass das so im Raum stehen. Sonst rede ich kein Wort mehr mit dir. Aha. Und wie war denn Tag heute? Guten. Ja jetzt wird es gleich bestimmt wie so ein Haken. Irgende Ende. Oh hier. Crack and Book. Dort geh ich jetzt nochmal rein. Das ist eigentlich nicht das was ich wo habe aber. Oh hier. Oh hier. Oh hier. Oh hier. Ja. So. Ich'll jetzt erstmal weg. Du gehst ja auch. Und wie ich bin schon. Komm schon hoch. Wunder da. Das war's für heute. Jetzt macht der Geschäftsman-Hier. Gut, dann tun wir das halt eben auch fix lügen hier. Bücher kann man ja immer mal gebrauchen. So, dann lassen wir mal gucken. Das, das und das. Das kann man kaputt machen. Das und das. Das geht auch nicht mehr. Das könnte man mal kaputt machen. So, dann lassen die Bücher fütteln. So, dann können wir bestimmt mal die Erde wieder wegnehmen. Hm, 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 hm. Hm, hm. So, äh, Bäume hab ich ja auch schon gesetzt, Zuschauer. Hm, hm. Damit mir das Umweltabwehr nie ans Bild pinkeln kann. Ich hab mehr Bäume gepflanzt, als dass ich welche abgeholzt hab. Hm. Können natürlich auch mal ein Beispiel dran nehmen. Also, Beispiel Dacher nehmen für Leute, die gerne Bäume hülzen, aber nichts mehr Neues hinstellen. Aber Ena wird sich da am meisten freuen. Ja. Das ist so'n kleines Mädel. Achso, ja. Die. Ja. Nur genau die. Man möchte ja keinen offiziellen Namen nennen. Ne. Ja. Über die hat. Auf Hande. Sprecher. Flos. Dann aber nicht ganz öspen. Komplikbait. Na gut. So income. Das geht. So, jetzt noch auf Toilette, den Schiss holen, äh, absetzen, die holen. So, klein mal kaputt machen hier. Das ne. So, die sind füttern. Du konntest ja keine Schmiede bauen, weil du es nicht gelernt hattest, ne? Ja, aber. Gut, ich hab jetzt das Büchlein. Mhm. Mach's mir nicht gut, du brächtest eigentlich nur Smart oder Skillen. Ja. Krader. Irgendwo hier waren nämlich auch Häuser. Ich glaube, ich seh's. Ah, das Zement nehme ich mal mit. Ja. 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 Nee, der Zementmischer ist zerstört. Mhm. Das sieht jetzt aber an der Baustelle, dass Zement mal hier liegen, dass du auch bisschen was hast. Ich meine Gott, das ganze Teil jetzt, ja scheinender Schmiede. Also warte mal, hier drin gibt es bestimmt auch hier Wirking Stiff und so. Woaah, scheiß Berne. Oh Gott noch mal. Das ist schon großartig. He comes in. Was war es schon hier? Kennen wir wirklich Stiff? Kiste? Was für ein Jammer. Ah ja, trinken ist immer gut. Schön. Du darfst das mal auf der Krotte einspeichern. Wo du dann hinfährst. Um dir Zement zu erhöhen. So. Hat er gemacht. Hast du mir zugehört? Ja. Was habe ich gesagt? Irgendwas mit Einspeichern, Zement holen. Hat er gemacht. St lenien. Vers zINDING ZDF 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 Oh hier gibt es wieder Kohle. Ich meine meine Pickaxe dabei, ne auch schon im Erdbohr. Oh hier gibt es noch einen Schiff. Und vergesse nicht wenn ich dann den Mischer gefunden habe in funktionierenden. Brauchst du für die Herstellung von Beton, außerdem Zement, Stein und Sand. Interessante Hauptschau. Nur das haben wir ja geholt gehabt. Wo? Da habe ich ja drauf bestanden. Wo? Das kommt mir so ein bisschen vor wie in dem Film hier auch ein. Im Leidstand. Warum? Wenn man hier durch die Großstadt fährt. So liebe Zuschauer, ich möchte mich jetzt aber schon mal verabschieden. Hier gibt es auch Kohle. Ähm. Liken wäre super. Abonnieren, falls ihr es noch nie gemacht habt wäre super. Angucken. Von vorn bis hinten. Ihr müsst ja nicht unbedingt davor sitzen. Reicht dazu wenn ihr es einfach laufen habt. Ähm. Bleibt gesund und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge in diesem Gefängnis. Da werden wir auf jeden Fall mal reingehen. Genau. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Tschüssi.